Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meiner Let's Play Card Hunter Kampagne. Wir sind jetzt nicht gerade die... Die großartigsten Kämpfer. Nein, wir können auch immer nichts verkaufen. Schade. Ja, dann geht es mir keiner. Das heißt, machen wir weiter. Drücke du den Hammer. Lähe of the Trog Wizard. Schade was an. Ah! Ah, at last you have found the cursed Mindor Custring orchestrating this savage assaulted Trog Wizard no less. Okay. Scuttler Warren. You enter into a dark, austrophobic stretch of tunnels. As your torchlight pierces the murk, a dreadful cater-walling precedes the appearance of some specially filthy Troglite. There is no time to parley. You must slay them. Okay. 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 Also, let's see. Dream Touch, Righteous Frenzy. Run. Ich könnte so das Heal, dash, simple person penetrating sap, na bitte. Boah, das ist ja fies. Aber, da haben wir immerhin einen Stab. Boah. So. Hey, predictable step. If this attack is blocked, you take 3 piercing damage. Was ist das? Au. Na ja, auf jeden Fall. Was kann das? Heal 4. Healing is applied after damage. Misguided heal. Heal 4. Heal 4. Heal 4. Heal 4. Das hebe ich mal auf. Das auch. Wenn ich mit dem da rübergehe, geht der vielleicht wieder aus dem Weg. Was ist denn das? Scudder? Was kann Scudder? Free Move? Ah ok, das ist das Walk von denen. Das ist aber nett von ihm. Ach so, das kann man nur auf sich selbst machen. Hm. Äh. Wie ärgerlich. Ich denke jetzt ganz genau, dass er da nicht rangehen soll. Schade. Schade, schade. Das wäre jetzt schön gewesen. Schade, 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 schade. Ah, sehr gut. Und zweimal Walk. Ah, ja. Bungled Bolt, you take one arcane damage. Was? Was? Wow. Hörst du auf die Arme zu hauen? Gibt's ja wohl nicht. Ha, aber jetzt. Oh, meine Arme sind so nett, ich kann alles nett von ihm. You smashed them. Looks like the Trox will be going hungry today. Huh? Hey, who ate all the jerky? Oh, god. The Trox appear to have been protecting a small cavity in the wall containing a variety of disgusting objects, considered precious by these subterranean monsters. Tossing them aside, you discovered a few useful items that can be salvaged once cleaned. Meine Güte, das ist extrem trochlodyten-rassistisch, könnte man sagen. Die armen Trochlodyten. Eine Armung ist nett. Penetrating Zap- und Firespray. Mal schauen. Und was kann das? Oh. Ah, das ist das gleiche, was wir hier schon in der Hand haben. Ein Kobold-Killer. Ist der stärker als das? Penetrating... Ah, der hat Stab da durch, aber... Hm, ich glaube der macht schon mehr Schaden. Aber damit müssten wir quasi direkt an das Ding geraten. Asurius. Das macht also nicht besonders viel Schaden. Und dafür muss sie aber in den Nahkampf. Wenn sie das macht. Hm. Da braucht sie aber nie in den Nahkampf. Aber dafür macht sie auch weniger Schaden mit dem. Naja, wir bleiben bei dem, den wir gerade haben. Wieso nicht? So. You reach an unpleasantly warm chamber, lit with a flickering, yellow glow. This final cavern is the Sanctuary of the Dreadrock wizard known as Krandiup. In his own tongue, the evil creature stands inside an arcane symbol eged into the ground with a mysterious glowing substance. Grundyap seht ihr als ihr Aproach und barks a harsh order to his guards. Die Freys join to defend yourself. Okay, machen wir doch. Grundyap points at you and then at his mouth. Could this be some sort of truck greeting? Okay. So is this good. So. So. So nochmal gehen. Und wir haben zwei Skater offensichtlich. Hm. Hm. Okay. Was tut das? So. 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 Na höh, ich muss da aufdrehen meinen armen Zwerg anzugreifen. So, die sind einmal tot. Das würde vielleicht ganz gut fangen, wenn die Nähe von dem Borussia kommen. Hey, ist das arg? Missed. Oh, der Wizard ist schon... Er hat keine Karten mehr. Strong Step. Sechs Punkte Karten, wow. Strong, aber immerhin. Schade. Ja, okay. Das ist ja arg. Den muss jetzt immer mal auflosen. Okay. Das ist ja ... Oh. Ha. Wir haben es ... Pariert. Wir sind so gut. Wir haben perfekt einen Schaden gemacht. Aber das ist nicht schlecht. Behind a cleverly concealed chunk of wall is the Trog wizard's collection of stolen items. You liberate them before leaving this foul cave to bring the news of your success back to the villages. Level up! A divine item converts in the hand Nehman. Immerhin, this is a battle. Unholy frenzy. Healing puzzle to every ally within three squares. Oh, that is not bad. What can this minor heal? Unholy frenzy. Frenzy 2. Duration 2. Frenzy 2. It makes actually a bad damage. Okay. Oh, that is not bad. Duration 2. Duration 2. Duration 2. Duration 3. Duration 10. Okay. Sollte ich die Nötigkeit finden, suchen, weiß ich ja jetzt, wo ich hingehen muss. Schauen wir mal, ob wir irgendwas gefunden haben, was wir verkaufen können. Uncommon Weapon. Was ist das da? Unusable Treasure Item. Oh, noch ein Treasure Item. So, das haben wir jetzt gleich gekriegt. Eine Common Weapon. Flaring Torch. Und was kann das? Perching Strike. Discard all cards attached to the target character. Oh, das ist ja ein Fernrohr-Flecht. Dann kann man jetzt eine Karte wegnehmen. Vielleicht statt dem Tom. Eine Rüstung wäre irgendwie nett. Das haben wir gleich auch neu. Light Heal, Misguided Heal. Flamsy Job. Okay, schon mal. Okay, das Kiel wäre ganz nett, wenn wir mal was kriegen würden. Oh, da können wir jetzt eh was kaufen. Ach so. Wollen wir da eben was. Was kann ich denn da ist? So, ich muss ja Armour, wo ist das da? Armour 3. B4 plus, B4 plus. Okay. Ah, Expensive level above your renome. Okay. Level 4. Level 3. Armour 4. Hier, keep, return this card to hand or reattach after it's triggered. Plain old armor. Reinforced height armor. What can I do? 2 armor, 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 and keep all this. Okay. It's better to be. This is probably better. Let's buy this. Defensiveness. Attach this card to yourself, duration 2. Can you play a magic card if an enemy is within 2 squares, cancel that card? Okay. None. 2. Spark inductor. Attach this card to yourself. Add one damage to any electrical. Ah, okay. At the start of each round, take one point of arcane damage. No. Okay. Spark inductor. Attach this card to yourself. Mm-hmm. Okay. Where comes to? Okay. Where comes to? Where comes to? Okay. 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 What? Okay. Okay. Ich kann auch Telekinese, das hilft uns am Zwerg an den Ort zu kommen, wo er hin muss. Okay, hätten wir alles. Naja, kann ich da irgendwas jetzt verkaufen? Tja, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Cudbert's Kostüme lässt sich die Appearance ändern. Woohoo! Du hast eine neue Figur, also ich werde dir ein bisschen Pizza aus meiner privaten Stache geben. Okay. Wow. Okay, das kostet doch einiges. Half Warrior. Das klingt gut. Hm. Sollen wir die Pizza ausgeben, um den Elf Wizard stärker aussehen zu lassen? Und man fließt. Nein, die Schnarre fürchtet dich aus. Das ist sie tatsächlich noch am besten. Vielleicht eher. Oh, Page 1 of 3. Da gibt es noch mehr Pages. Hm. Das wird zwar auch irgendwie schön, aber eigentlich... Okay, nein. Exit. Wer weiß, wozu wir es brauchen. Ähm. Ähm. Ja. Und diese Stelle her schiften. Werden wir wieder... Schluss machen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut. Und träumt was schönes. Bis dann. Tschüss euch. Bis dann release. Bis dann. Nervno. You advantage this Cafe im